ja hallo und herzlich willkommen zum channeling kongress 2020 mein name ist kai titelmeier und ich darf heute hier bei loyos sieht das zu gast sein einem musikmedium einem komponisten und musiker der uns ganz spannende dinge zu berichten hat schön dass du da bist ja schön dass auch du da bist loyos und schön dass wir bei dir sein dürfen herzlich willkommen hier beim kongress und wir möchten natürlich gerne von dir über deinen wirken deiner arbeit etwas erfahren und ja so wie wir uns kennengelernt haben auf magischen weg entsteht ja auch deine musik loyos du bist musiker wie ich eben schon sagte aber auch eben musikmedium die musik entsteht auf besondere art und weise und berührt auch die menschen auf besondere art und weise wie bist du selber mal zur musik gekommen ja danke erstmal und die musik selbst die hat mich gefunden würde ich fast schon so sagen anfangs musste ist natürlich lernen was mir nicht so gut gefühlt so mit neun jahren aber ich habe dann schnell gelernt dass sie ganz was magisches ist für mich und so ab 20 jahren so habe ich dann wirklich ganz intensiv mich mit musik befasst habe verschiedene genres gelernt und und mich ganz stark dafür interessiert und bin abgetaucht und habe biografien gelesen auch von von künstlern die zum beispiel beatles haben mir sehr sehr angetan diese musik war für mich damals auch schon magisch und das hat mich immer wieder daran weitergetrieben musik zu machen musik vor allem zu kreieren also nicht nur zu reproduzieren also cover musik zu spielen sondern eigene musik zu empfangen sage ich mal und ja das hat mich dann so mit mit jahren immer wieder darauf geführt welche kraft musik hat das ist ein magischer prozess musik live zu machen ganz besonders mit mit publikum spannend also da würde ich gleich gerne noch tiefer einsteigen zunächst aber noch mal eine frage zu dem ersten schritt eigentlich in dieses intuitive spielen oder war das auch schon gechannelte spielen weil du sprachst davon dass eben die gechannelten meditationen kamen du warst doch aber auch angeschlossen weil es ist ja eine verbindung da warst du selber angeschlossen oder hast du das aus dem feld gegriffen was der holistische arzt erzeugt hat wie würdest du das einstufen aus der heutigen sicht ja also diese musik oder klänge oder es ist ja im grunde genommen ist ja alles frequenz was ich erfahren habe bei diesem holistischen arzt während ich da als tontechniker beisaß und eben verfolgte was da so passierte war seine sprache die auch frequenz ist und die hat bei mir immer was in mir erzeugt es hat was mit mir zu tun das heißt es ist keine sprache dazwischen also sie ist universell und universelle musik hat den vorteil dass sie erst mal nicht kategorisiert wird also dass das sie dass jedes wort hat ja eine verschiedene bedeutung für jemand so hat eben klang sagen wir mal einen einen universellen also wenn man zb ein a spielt dann ist das erst mal ein a für jeden aber aber der ton a selbst hat universell immer das gleiche für den menschen wasser 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 bewirkt in einem wo zum beispiel ist ja zum oder zum beispiel ein f der ton f das das spricht zum beispiel direkt das herz an also dann kommen die klänge die töne die ton abfolgen ja eben aus dem aus der geistigen ebene ja die wollen ja also bist du dann überhaupt noch komponist oder ist das dann eh schon fertig also ist dann die betitelung komponist überhaupt richtig